Bevor jetzt irgendjemand in den Kommentaren schreibt, dass ich mich ja schon in einem Schurz-Video bedankt habe, dass ich die 400 Abonnenten geknackt habe. Ja, du hast recht, ich weiß. Aber ich finde, man sollte sich so oft wie möglich bedanken und ich war der Meinung, es sollte mal wieder ein richtiges Abo-Special auf diesem Kanal erscheinen. Und was wäre besser dafür geeignet, als die 400 Abonnenten zu nehmen? Ich meine, wir sind zwar jetzt schon wieder bei 420, aber die Reise geht weiter. Ja, die 500 sind offen, die 600 auch und alles was drüber liegt ist auch noch offen und das wollen wir knacken irgendwann noch. Und deshalb viel Spaß mit diesem Zusammenschnitt von allen Abonnenten-Specials oder wo ich irgendwie mal irgendwann mal meine Abonnenten gezeigt habe. Und ich habe wirklich vergessen, wie fucking cringe das doch ist. Also manche Videos, das ist unangenehm sein Urgroßvater. Aber trotzdem viel Spaß mit diesem Zusammenschnitt. Und bevor ich es vergessen habe, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert doch gerne diesen Kanal. Würde mich extrem freuen. Wir sind auf dem Weg, wie schon erwähnt, zu den 500 Abonnenten und drüber. Aber deshalb abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Zusammenschnitt von den ganzen crunchen Videos. Wir haben es geschafft, die 20 Abonnenten bzw. die 21. Dafür würde ich einmal vielen, vielen Dank sagen, dass wir das endlich geschafft haben. Und das nächste Ziel wären halt die 30 Abonnenten. Und auf 5 Abonnenten bist du die 30. Also wenn du noch nicht abonniert hast, würde es mich sehr freuen, wenn du abonnierst. Und vielen, vielen Dank für die 25 Abonnenten. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, die 40 Abonnenten. Vielen, vielen Dank, dass wir das geschafft haben. Eigentlich war ja mein Ziel nur dieses Jahr eigentlich die 20 zu knacken. Aber das hat sich dann ja auch geklärt. Und einfach vielen, vielen Dank, dass wir das jetzt geschafft haben. Ich bin happy. Und ja, vielen Dank, Freunde. Und das nächste Ziel wären, wie gesagt, die 50 Euro. Würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Nochmal vielen Dank. Nach Hause von einem anstrengenden Arbeitstag. Immer schauen, was im Fernsehen heute so läuft. Ja, da bin ich, da bin ich ja gleich schon wieder zu Hause. Perfekt. Perfekt. Schau mir mal, was im Fernsehen läuft. Wir haben es geschafft. Die 50 Abonnenten. Es ist schön. Das nächste Ziel wären die 60. Also würde es mich ja freuen, wenn du abonnierst und die Glocke abierst. Schau mir, du. Hätte eben nichts verpasst. Wow, als ob man wirklich die 50 Abonnenten geknackt hat. Also wer da nicht abonniert, ach, frag ich mich auch nichts mehr. Wirklich nichts mehr. Also wirklich, bei so einem tollen Typen sollte man wirklich abonnieren, dass er bald die 60 Abonnenten schafft, finde ich. Hm. Mal gucken, was im Garten ab geht. Hm. Ja, ist toll, dass er die 50 geknackt hat. Also Leute, abonniert den. Hast ein Like. So. Und aktiviert die Glocke, dass ihr auf jeden Fall bei ihm nichts mehr verpasst. Und ciao. Ciao. Freunde, ich muss euch mal was erzählen. Heute früh bin ich an mein Handy gegangen. Wie jeden früh. Jeden früh. Ich kann auch kein Deutsch mehr. Und da stand von YouTube Studio die Benachrichtigung. 100 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch. Dein Kanal hat ja 100 Abonnenten erreicht. Das ist mir immer so. What? Dann bin ich nochmal auf die Tür zu dir gegangen. Dann wirklich 100 Abonnenten. Und ja, hier ist dann mein 100 Abonnenten Special. Freunde, wir haben es geschafft. Die 100 Abonnenten. Ich wollte einfach nur Danke sagen. Dass wir das geschafft haben. Und ich hoffe, wir werden auch die nächsten zu schaffen. 200, 300 Abonnenten und so weiter. Bis zu den 1 Millionen. Vielen Dank, Freunde. Lasst ein Like, Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr wirklich verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten. Ciao, Freunde. Ciao, Freunde. Ciao, Freunde. Ciao, Freunde. Freunde, wir haben zum Jahresstart endlich die 400 Abonnenten geknackt. Besser kann ein Jahr meiner Meinung nach nicht laufen. Aber es soll mit den 400 nicht aufhören. Das nächste Aboziel sind die 500. Deshalb würde es mich extrem, extrem freuen, wir supporten, wenn ihr abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Ist kostenlos und wird mich, wie gesagt, sehr, sehr supporten. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schönen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020